Herzlich willkommen zum 4D Aktiencheck. In diesem Video erkläre ich eine weitere Aktie, warum sie im 4D Asset Oszillator enthalten ist. Der 4D Asset Oszillator ist ein Anlagezertifikat, das von Halloween oder von Herbst bis Sommer voll im Aktienmarkt investiert ist und die riskanten Monate ausblendet, was dieses Jahr 2023 hervorragend funktioniert hat. Und ich informiere die Anleger und die, die es noch werden wollen, über die Aktien, die in dem Portfolio enthalten sind. In der Regel grüne Aktien und heute geht es um 7c Solarparken. Wenn Sie die Homepage aufrufen www.asset-oszillator.de-portfolio, das sehen Sie hier oben im Schriftzug und in der Beschreibung verlinke ich Ihnen das, dann landen Sie hier auf der Homepage des Asset Oszillators und auf dem Portfolio. Und hier sehen Sie neben einer kleinen Erklärung, welche Aktien alle enthalten sind. Und wenn Sie hier auf 7c Solarparken drücken, dann landen Sie direkt auf der Webseite des Unternehmens. Sie sehen, das ist ein deutsches Unternehmen und wie der Name sagt, da braucht man gar nicht viel erklären. Die bauen Solarparks und betreiben die und machen aus Sonnenenergie Strom. Der Strom wird wieder angeboten und verkauft. Also das ist ein Energiebetreiber, ein kleiner Energiebetreiber mit Wachstumspotenzial. Aber da kommen wir noch gleich drauf zurück. Auf jeden Fall ist es grüner Strom. Also ein konservativer Titel würde ich mal sagen, der ein Ausgleich ist zu anderen Titeln, die eher wachstumsorientiert sind, sehr dynamisch sind, vielleicht auch noch Verluste haben und einfach eine tolle Idee haben. Das ist hier ein ganz solider Stromanbieter. Wenn wir hier auf der Homepage auf die E-Sign drücken, dann landen wir automatisch bei OnVista. Wenn Ihnen OnVista nicht gefällt, können Sie natürlich die E-Sign auch kopieren und woanders eingeben. Aber hier bei OnVista sehen wir gleich mal 7c Solarparken. Hier sind die Kennzahlen und das Schöne ist KGV 21, das ist jetzt kein Value-Titel. Also KGV von 21 heißt ja 5% Gewinnrendite, ein bisschen weniger sogar 4,8 oder so was oder 4,9% Gewinnrendite. Und jetzt sehen wir schon anhand der Dividende 3,2%, dass der Großteil der Gewinne tatsächlich an die Anleger ausgeschüttet wird. Also das ist eher ein Dividendentitel, der in das Portfolio des sehr, sehr Dynamisches etwas Ruhe reinbringen soll. Denn wenn hier die Kurse hoch und runter gehen, macht nichts. Ich kriege ja 3,2% Dividende. Und wenn wir mal anschauen, wie das aussah, dann sehen wir auch, dass der Gewinn nicht stetig steigt. Also er steigt, wir sehen hier, das war 2016 0,11, also 11 Cent pro Aktie. Und das ist gestiegen, dann ist es wieder ein bisschen gefallen, dann ist es gestiegen. Also tendenziell geht es schon nach oben, aber nicht so schön gleichmäßig, wie das die Aktionäre eigentlich haben wollen, weil man dann die Illusion hat, dass es auch immer weiter gleichmäßig steigt. Das ist hier nicht der Fall. Das liegt natürlich jetzt auch noch an der Branche. Strom, da hatten wir jetzt ja einige Verwerfungen mit dem Gas und alles Mögliche. Hatten wir auf dem Energiesektor eben ging es hin und her und das sehen wir hier. 21, 22 tolle Wachstumsraten, dann ein kleiner Einbruch. Also 45% Einbruch ist natürlich nicht klein an Gewinn, aber das heißt ja weniger Gewinn. Der Gewinn war da und vor allem, wenn ich in zwei Jahre in Folge, also zusammen 200%, also den Gewinn verdreifach, von 0,08 auf 0,31, dass es dann mal wieder zurückgeht, das ist ja klar. Aber trotzdem eine Steigerung zu 21,20. Also wir haben hier nicht ganz linear, nicht ganz so schön, wie man sich wünscht, aber wir haben hier Wachstum in den Gewinnen. Aber es ist jetzt nicht so der Wachstumstitel, wo ich auf Wachstum setze und erwarte, dass sich das Wachstum zum Beispiel von einem Verlust in Gewinne extrem entwickeln kann, ja, für 200-fachen, für 3-fachen. Das ist hier nicht der Fall. Ich erwarte ja einfach ein moderates Wachstum, vielleicht zweistellig, vielleicht auch nicht ganz zweistellig, aber moderates Wachstum in den Gewinnen und eine moderate Dividendenrendite. Also den Titel habe ich eigentlich hauptsächlich ausgewählt, weil er grünen Strom produziert, Solarenergie, und ich direkt am Strompreis partizipiere als Aktionär und weil ich hier eine Dividendenausschüttung bekomme. Das sind die Haupttriebfedern, warum 7c Solarparken mit an Bord des Acid-Oszillators ist. Wir gucken uns noch weiter die Zahlen an. Umsatzwachstum, alles schön und gut. Gut, Kurs-Buchwert-Verhältnis von 2022 1,58, das heißt, da ist viel Substanz dahinter, aber das war 2022, das ist jetzt auch schon über ein Jahr her. Was mir gefällt, ist die Eigenkapitalquote bei 41,8 Prozent. Die wird sich wahrscheinlich hier sogar noch ein bisschen verbessern jetzt. Das ist ordentlich, das kann sich sehen lassen. Da ist das Risiko jetzt nicht so hoch, wenn Zinsen steigen. Aber 60 Prozent Schulden heißt natürlich was hier sogar ein bisschen drüber. So, dann haben wir für mich eine wichtige Zahl. Die Eigenkapitalrendite ist zweistellig, 9,87 Prozent. Und die Gesamtkapitalrendite 5,9. Und diese 9,87, also fast 10 Prozent zweistellig, das ist, was ich so langfristig auch von der Kursentwicklung erwarte. Ja, vielleicht zwischen 10 und 20 Prozent, so was in der Größenordnung ist hier möglich. Ich sehe hier keine Verdreifachung, Vervierfachung. Das ist eher jetzt ein konservativer Titel. Ja, 7C Solarparken mit an Bord. Und das sind so meine Beweggründe. Und natürlich bin ich nicht der Einzige, der das so sieht. Sie wissen ja, ich hole mir immer Anregungen. Und wir können ja auch mal hier reingucken, gehen wir mal ins Unternehmen, schauen wir mal spaßeshalber an, wer ist denn da noch investiert. Und da sehen wir 66 Prozent Streubesitz. Da ist also nicht ganz klar, dass es eben auch der Asset Oszillator mit drin und viele andere Kleinanleger sozusagen. Dann haben wir aber hier die GLS Investment Management Bank von der GLS. Die haben ja auch etliche grüne Fonds, die sind mit investiert. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Die haben einen sehr, sehr guten Research. Das heißt, auf den kann man vertrauen. Die schauen sich das an. PEH, die kenne ich persönlich hier. Auch ein gutes Haus. Allianz Global Investor, brauchen wir, glaube ich, nicht vorstellen. Die haben etliche grüne, nachhaltige Fonds und haben hier diesen Wert beigemischt. Und auch die anderen Fondsgesellschaften, der Menschelfand, sind ja auch sehr, sehr bekannt, haben auch einen sehr guten Fonds Research. Otto BHAF, der zweitgrößte Vermögensverwalter, ist mit an Bord. Also da sind viele, viele gute Fondsgesellschaften mit sehr gutem Research mit investiert. Und das ist für mich natürlich auch ein Zeichen, dass meine Analyse dann auch nicht so ganz falsch sein kann. Also ein tolles Unternehmen. Die Dividenden interessieren uns hier. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen viel Spaß bei den nächsten Videos. Die Dividenden interessieren uns hier. 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 Untertitelung des ZDF, 2020